Wir haben natürlich die Gläserspülmaschine hinter der Theke mit dem Flaschenspüleinsatz, was für uns besonders wichtig ist, da wir unsere Limonade und Eistees selber produzieren, in Bügelflasche abfüllen. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, dieser Flaschenspüleinsatz ist sensationell, weil die Flasche vorher nie richtig sauber wurde und so wird wirklich jede Flasche gezielt gespült. Wir nehmen da an dem Recap-System der Stadt Offenburg teil und geben an die Kunden Pfandbecher aus, die hier bei uns im Hause gespült werden. Und da finde ich das total genial, dass die Firma Hobart da ein System entwickelt hat, wo man die Becher einfach reinstülpt, oben so eine Art Sicherung drauf macht und das Ding reinschiebt und es spült einfach durch. Das ist genial. Also eine bessere Lösung kann ich mir an der Stelle gerade gar nicht vorstellen. Wir haben uns bewusst für die Lösung von der Firma Hobart entschieden, weil einfach das Ergebnis passt. Wir haben uns im Vorfeld verschiedenste Maschinen angeschaut und müssen einfach sagen, der Prozess, den Hobart da bietet mit der Hochdrucktrocknung, überzeugt einfach. Es gab kein vergleichbares Ergebnis bei anderen Maschinen, wo wir sagen müssen, okay, das war die richtige Entscheidung, um uns da für die Technik von Hobart zu entscheiden. Die Maschine bietet uns eine Mehrweg-Allround-Lösung. Da können wir natürlich unsere Getränkebecher spülen, in spezielle Spülkörben, sind aber auch in der Lage nachoschalen, Teller, Gläser zu spülen und können somit in sämtlichen Bereichen der Mehrweg-Welt unterwegs sein. Wir haben dieses Jahr eine hele neue Wasstraat gekocht. Das ist die größte Beker-Wasstraat, die auf diesem Moment in Europa beschikbar ist. Die hat eine maximale Wascapacität von 10.800 Bekers, die er doorheen kunnen per uur. Dus dat is echt een heel groot aantal.